Es ist 15 Minuten von meiner Show und ich check mal aus, ob die Leute mich kennen. Stopp! Wo geht ihr jetzt hin? Zur Bühne. Zur Bühne? Was ist da? Wo ist der Witzer? Witzer? Wir kennen den nicht. Hast du eine Prüfung kurz? Ja klar, können wir. Warte hier schon auf dem Riesenrad oder auf der... Kennst du da, Rosé? Ich hab noch ein B-Reel aufgehört. Riesenrad fahren? Wir vier? Also wir müssen auch gleich nach Hause, aber... Alles klar. Jetzt geht's grad nicht so gut. Viel Spaß! Danke!